Hallo und herzlich willkommen zu Schleim im Weltraum 2016 oder so ähnlich. Dass du innerhalb von fünf Tagen möglichst viel Geld sammelt. Guck mal, hier sind Slimes abgebildet. Gold Slime, guck mal, der hier. Ne, den kennen wir wahrscheinlich noch nicht oder so. Keine Ahnung. Aber, wurde mir ja vorgeschlagen, hier kannst du mal machen, hat mir einer sogar ein Video geschickt vom anderen, der gerade dabei ist, das zu machen. Guck das doch bei dem, Kollege. Ich meine, der mir das vorgeschlagen hat. Ich analysiere das jetzt mal gerade. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder, der kennt mich nicht, kennt meine Videos nicht. Oder, der kennt mich und will mich failen sehen. Also, so analysiere ich das. Ne, hör mal auf damit, das ist doch viel zu anstrengend. Das kann es nicht bringen. Wir haben doch hier, wir haben doch hier unsere Range. Und wir gucken mal, was wir da draußen noch machen. Was noch passieren wird, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm. Ich hab auch, ich hab mir auch überhaupt keine Gedanken gemacht, was wir machen. Heute. Irgendwann. Wir müssen was entsorgen. Wurde mir, äh, nahegelegt. Haha. Und, es stimmt. Es stimmt. Das kann ich ganz nicht anders sagen. Wer denn jetzt? Wer will denn jetzt? Ihr seid ja sowieso schon fast tot. Weg. Ich brauch euch nicht mehr. Ihr Süßen. Ich bin da jetzt mal so frei. Weg. Ich hab sowieso nichts zu essen für euch. Nein. Ist kein Scherz. Ich hab nichts zu essen für euch. Und, ähm. Warum mach ich das eigentlich? Geh doch da hin. Hier. Geh doch da hin. Müsstet ihr nicht sterben? Alter. Seid ihr jetzt sauer auf mich oder so? Ah! Der will wieder im Käfig. Guck. Wo will der hin? Wo ist der andere? Hallo? Der will doch zu mir. Ich raff's nicht. Er weiß es selber nicht so genau, oder? Der will zu mir. Ja, wenn du unbedingt willst. Soll ich dich retten? Du brauchst bestimmt Wasser. Was ist jetzt mit dem anderen passiert? Hat den einer gesehen? Ich hab den nicht mehr gesehen. Er hat sich bestimmt irgendwo versteckt. Ah! Komm her! Ich brauch den Käfig. Weißt du, was doof ist? Der ist ja jetzt hier mit so'n, äh... Ach nee, das ist ja gar nicht schlimm. Lass das mal so. Lass das mal so. Das ist ganz okay. Ich glaub, das ist ganz okay. Ähm, Orni-Plots? Wo hab ich die denn her? Die sind jetzt natürlich nichts mehr wert, ne? Wobei, ist ja nicht so, dass wir Geldprobleme hätten. Ich glaub nicht. Ich glaub, wir haben gar keine Geldprobleme. Ihr seid sowieso viel zu viele. Machen wir zehn? Zehn? Zehn ist, äh... Computer-technisch gesehen eine komische Zahl. Wir machen acht. Acht passt besser zu Computern. Acht reichen, glaub ich, erst mal von den Viechern. Hier sind viel zu viele, siehst du das? Ich weiß gar nicht, wie viele das geworden sind. Das sind so viele geworden. Und die sind so radioaktiv. Das ist unglaublich. Achso, Essen. Ja, Essen hab ich ja bei für die. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich hier vorhatte. Wir hatten doch noch irgendwas vor, ja? Irgendwas hatten wir noch vor. Ich bin total gut vorbereitet, wie immer. Ich bin nämlich, äh, just von der Arbeit gekommen. Ohne Scheiß, bis ich das jetzt aufgenommen hab, gerendert hab und gemacht hab und auch geladen hab, ist es spät. Ist es leider spät. Ich überleg mir schon die ganze Zeit, wie ich so was ändern könnte, mal. Aber das, ach, weiß ja was. Sobald ich eine neue Bude hab, ähm, werde ich mir eine gescheite Internetleitung zulegen. Ja, wir haben, ich hab ja noch vier Plorts. Ich bin auch ein Horst. Ich hab da noch vier Plorts. Reicht doch völlig. Also, sobald ich, äh, ne? Und wenn ich dann eine vernünftige Internetleitung hab, dann kann ich auch vernünftig hochladen. Und es hat alles kein Ding mehr. Ich hab Essen für euch. Ich hab Essen für euch. Ja, ganz leckere Sachen. Ich hab was ganz leckeres für euch. Und zwar eins. Ha! Du warst aber schnell, ja? Oh, sag mal, schielst du? Du hast immer noch schrecklichen Hunger. Kann das? Guck mal hier. Ja, ja, holst du dir, holst du dir. Holst du dir! Schnell! Uh! Jetzt geht's ab. Guck mal hier, ich mach mal hier... Welcher ist, äh... Ne, das ist ja gar nicht der Fütterautomat. Ist hier überhaupt ein Fütterautomat an? Bin ich gerade von mir? Natürlich, ich bin immer verwirrt. Tja! Musicbox. Ach, ihr braucht keine Musicbox. Ob man, ähm... Ob man die durch eine Musicbox irgendwie... beruhigen könnte oder so? Wer weiß das alles schon genau? Ach, jetzt, jetzt, guck mal, jetzt geht's ihm mal besser. Der hat verdammt grüne Augen. Der hat Geräusch, ja? Jetzt hat Geräusch tiefer, ne? Oder? Okay, jetzt hat Geräusch auch tief. Ist mal so, mal so. Ist auch dunkel. Dunkel sehen die noch besser aus. Wir wollten... Wir wollten den anderen füttern. Das war es, was wir machen wollten. Wir wollten uns den Key holen. Den Master Key. Genau. Und wir brauchen dafür... ...auf jeden Fall... ...Hardbeats. Das gab es früher auch nicht hier, ne? Dieses Leuchten, ne? Das hier, ne? Ist ja das hier... ...von... ...dem Mondlicht, was eigentlich gar nicht vorhanden ist. Oder doch, da ist er ja. Und so richtig leuchten tut er ja nicht. Ähm... ...the Problem ist, äh... ...alles ist belegt. Ich hab überall die Dinger hier angebaut. Wie ein armer Irrer. Ich war da wohl heiß drauf. Irgendwie. Na gut. Zum Füttern, wenn wir damit mischen, brauchen wir die ja auch. Aber... ...und wächst denn hier nix? Die Verschämtheit. Mann, nun war ich wieder geschickt. Jetzt hab ich kein Feld frei. Gibt das noch irgendwo ein Feld? Was ich grad vergessen hab? Oder wir müssen die mit was anderem mal füttern. Ach, Heartbeat sind am besten. Ah gut, mit den... ...diesen Oka-Oka kann ich die ja auch füttern. Haben sie auch gefressen. Haben sie auch genommen. Sodass wir jetzt keine mehr haben, weil ich alle in diesen scheiß Automat reingesteckt hab. Das Wasser geht uns schon wieder aus, ja? Sag mal... Macht ihr gar kein A-A-A mehr? Jetzt mal ohne Scheiß. Äh... Alter, kann ich jetzt gerade dabei zugucken, wie dieser Brunnenlehrer wird hier? Ja, wie... Was bringen die mir denn, wenn die noch nicht mal mehr hier... Nicht wahr? Die werden uns alle verrecken. Weil ich kein Wasser holen will. Tja! Hm... Weiß ich auch nicht. Wenn die keine... Kein A-A machen, dann hole ich denen noch kein Wasser mehr. Dann war das mit dem Paddleplot. Da baue ich mir lieber ein Feld für Hardbeats. Wisst ihr Bescheid, ja? Könnt ihr mal sehen. Die sehen auch traurig aus. Ich guck mal, ob ich unterwegs vielleicht ein bisschen Wasser für euch finde. Da brauche ich nur noch mal was mit, aber... Ganz ehrlich, ich bin im Moment dezent enttäuscht, ja? Vielleicht sind da hinten noch ein paar neue, dann... Da müsste eigentlich jetzt welche sein, ne? Die habe ich die nicht eben da auch? Die wachsen ja schnell. Eigentlich wachsen die schnell. Guck mal. Kannst du alle wieder rausreißen hier? Das dauert wieder. Wacht. Danke. Aber jetzt sind wir auch eigentlich schon voll. Danke. Können wir eigentlich abkürzen irgendwie? Ach, ist egal. Die sind ja schnell. Ich glaube, das sollte auch reichen. Damit kriegen wir den auf jeden Fall gefüttert. Und wie geht es euch jetzt? Seid ihr alle... Oho. Lecker, lecker, ja? Und wie ist der Kurs für... Nicht so hoch. Wenn es denn... Das ist ja der Gold-Slime, ja? Und wenn es denn diesen anderen, besonderen Slime... Was auch immer das für ein Slime sein sollte... Der noch seltener ist wie ein Gold-Slime... So wurde es mir... Erzählt. Wenn es den denn irgendwo gibt... Kann man den denn dann einsammeln? Macht der dann auch... Ah, ah, oder... Weiß man alles nicht so genau, nicht wahr? Ich gucke mich ja immer noch mal so ein bisschen um... Ob ich vielleicht doch noch was sehe. Was neu ist. Ich muss mal eben einen Schluck von meinem köstlichen Getränk nehmen. Ich habe vielleicht irgendeinen Brand gehabt, als ich nach Hause gekommen bin. Unglaublich. So topfit bin ich noch nicht wieder, aber es geht mir... Hallo! Du bleibst einfach an irgendwelchen Ecken hängen. Seit dem Versions-Update. Und du weißt eigentlich nicht, warum. Es ist eigentlich nichts vorhanden. Jetzt auch wieder so komisch. Es ist komisch. Es ist komisch. Alter, was ist denn hier los? Ihr werdet immer mehr. Lass mich... Das stört ein bisschen mit diesem Hängenbleiben. Das ist... Das war vorher nicht so. Also, ich kann mich nicht erinnern. Kann ich hier nochmal drauf drücken? Einfach nur so. Was machst du da? Gib mal laut. Weiter. Ich finde die gut. Ich finde die gut. What? Ihr treibt euch überall rum. Ihr blöden Viecher. Für Geräusche. Was war das gerade für ein Geräusch? Wir sind... Irgendwie... Ist mir das vorher noch nicht so richtig aufgefallen. Boah, der Paniker. Hab das halt gesehen. Na ja, ich hau ab. Geht mal raus. Da sind welche, die wollen mit euch spielen. Ach, ihr seid auch noch alle hier. Ist auch meine Kiste noch hier? Leute, was ist mit meiner Kiste? Die war hier. Die war hier. Ja, brauchst du gar nicht gucken. Die war hier. Ich weiß, dass die hier war. Die stand nämlich noch da vorne. Ähm... Ja, um jetzt zu dem Kollegen zu kommen, wo ich eigentlich hin will... Wir können mal andersrum gehen. Wieso auch nicht? Ja? Einfach mal andersrum gehen wie letztes Mal? Weil letztes Mal sind wir ja eigentlich wohl offensichtlich falsch rumgegangen. möglicherweise... Guck mal, das steht da. Zu behalten. Boah, wo ich diesen Tuten gesehen hab, ja? Den hab ich irgendwo zufällig außerhalb gesehen. Ach, geht schon wieder los hier. Da sind sie schon wieder. Und... Hörlich gesagt, wenn ich den nochmal wieder finde. Ich war ja froh, dass ich ihn nach Hause gefunden hab. Aber... Er war außen. Also, es war... Er so... Zum Wasser hin. Und ich glaub, es war nicht hier. Hör mal, diese liebliche Musik. Da, 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 da. Huch. Bin fast auch mal gefallen. Ja, spring doch ins Wasser, du Idiot. Du bist ja unglaublich schlau. Ich weiß es nicht. Die zerplatzen so schön, wenn die ins Wasser fallen. Ach, apropos Wasser. Oh, da ist auch so ein Paddelplot. Und, äh... Tatsächlich... Ich wollte dich nicht. Ich hab genug von deiner Art. Also, jetzt... Ist nicht böse gemeint. Ich mein, ich hab einfach genug von deiner Art. Ich kenn die schon so alle nicht, äh... Füttern. Aber da... Ist so ein A-A von ihm, ja? Oder von ihm da hinten. Man weiß es nicht genau. Also, hier machen sie A-A, so quasi in freier Wildbahn. Kannst ja dann auch irgendwie, könntest du ja auch hier aussetzen. Und hin und wieder vorbeikommen und hier abernten. Vielleicht geht's denen dann besser. Ja, und hier würdest du ohne ein Jetpack mal ganz wenig machen. Aber, ich glaub, an der Stelle, wo wir sind, wäre es auch ziemlich komisch, wenn du noch keins hättest. Weil, wohin willst du mit der ganzen Kohle? Am Ende ist hier Kohle machen nicht so schwierig. Aber wo war... Ah, da ist er doch. Haha. Guten Tag. Hast du auf mich gewartet? Ich hab hier Sachen, worüber du dich freust. Jetzt ist er aber ganz dicht dran, ja? Wollen wir mal... Ohohoho. Da geht doch was, ja? Nicht, dass der übel wird. Ich hab gedacht, da passiert jetzt gleich mal was. Aber irgendwie, äh... Oh, das war's. Puh. Alter, Alter. Hier mit beschießen, mit irgendwas. Nein, nein, nein. Beschieß ihn. Hab ich denn? Ich hab einen, ich hab einen. Hib ihn mir. Meiner. Nein, geh weg. Ich geh zu ihr. Ich hab ihn. Nein, ich geh zu ihr. Hahaha. Ah, ausgezeichnet. Ihr könnt mich alle mal gerne haben. Ich hab einen Goldslime. Also, zumindest hier so ein... Ne, einen so ein... Ist doch auch scheißegal. Ehrlich, ey. Hatten wir nicht sogar schon mal einen? Ich weiß es nicht genau. Den werde ich... Ich werde den einlagern für jeden, damit ihr den sehen könnt. Und auch sehen könnt, dass wir hier keinen Schlüssel gekriegt haben. Was natürlich ein bisschen schade ist, ja? Und sich die Frage stellt... Wenn wir hier jetzt keinen Schlüssel gekriegt haben... Warum pulsieren die so? Das sind ganz normale Rockplots. Das ist jetzt nichts Besonderes, oder? Ich weiß gar nicht, wie der Kurs für die steht. Aber ich glaub, da hat man auch welche von verkauft, ne? Keine Ahnung. Aber das... Könnte das vielleicht bedeuten, dass es irgendwo doch noch... Aua. Woanders noch so ein Viech gibt? Weil ich es noch nicht gefunden habe, hä? Aber wo... Aber wo nur... Aber wo nur... Zwei Goldslimes auf einmal gesehen, ja? Goldslime-Party. Das ist doch... Das ist doch... Das wäre... Wäre da nicht... Jetzt... Aua. Das ist... Spann dich mal, Kollege. Ja, ich unterhalte mich hier gerade. Das wäre doch eine gute Überschrift für das Video, oder? Goldslime-Party. Goldslime-Party. Zwei auf einmal. Hä? Ja, sicher. Ja, sicher. Sag mal. Die wollen auf keinen Fall, dass ich irgendwie... Da... Guck. Habe ich das Gefühl? Gegen der Kiste hier. Ne, deswegen war das nicht. Irgendwo... Ich glaube auch nicht, dass da... Nicht wirklich. Hörse... Müssen wir mal da gucken gehen. Waren wir hier denn schon? Ja, da sind noch mal die... Neuen Früchtchen. Jetzt... Ja... Irgendwie... Warten wir mal kurz. Wart, 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 wart. Jetzt... Fliege. Ist... Warum? Ist das hier glatt oder so? Warum... Der rutscht. Scheint hier oben glatt zu sein. Also... Vorsicht geboten. Wahrscheinlich Eis. Oben, Berg, Eis und so. Also... Da unten, das ist ja der normale Durchgang. Ne, das ist nix... Besonderes. Was ist denn da hinten? Hä? 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 Alter! Alter! Mit... Ist das wahr? Kann sich schlecht halten, ja? Ich möchte da ungern rüberfliegen, um danach festzustellen, dass ich da nicht mehr wegkomme. Hä? Alter! Scheiße! Wie war das nochmal? Ich werde jetzt... Zurückgeworfen. Goldslide-Party. Ne, doch nicht. Also... Ne, man wird vor, aber man verliert alles, ne? Ja... Der Vorteil an der Sache ist folgender. Den seht ihr jetzt vielleicht nicht, ja? Aber ich hätte diese beiden Goldplots, ne? Die hätte ich echt in so ein Ding gestorrt. Und da wäre mir ein ganzer Speicherbeiflöten gegangen. Ich bin froh, dass ich die nicht mehr hab. So bin ich sie wieder los. Ist nicht so schlimm. Äh, ein bisschen gepennt. Die Uhr dreht sich vor. Die dreht sich nicht zurück. Das ist gut. Ja. Dumm gelaufen. Aber, äh... Ich weiß auch nicht. Ich hatte da in meinem... Guck mal, spuh mal zurück. In meinem Jetpack. Da war doch noch Fuel drin. Oder? Und ich hab die ganze Zeit auf Space gedrückt. Bin trotzdem irgendwie... Immer tiefer gestürzt. Keine Ahnung. So ist das manchmal. Manchmal stürzt er einfach ab. Ja? Dann war das so. Ja. Sag mir mal einer, wo wir einen neuen Schlüssel herkriegen. Das stört mich jetzt ein bisschen. Wir brauchen unbedingt einen neuen Schlüssel. Möglicherweise müssen wir dann nächstes Mal nochmal auf Schlüsseljagd gehen. Ich werd mich mal hier auf meine Bank setzen jetzt. Ah. Schade, dass man die... Das Ding hier nicht aus der Hand legen kann. Ach, jetzt fällt mir gerade ein, dass ich schon wieder kein Wasser mehr hab für die Kollegen. Lass mal eben gucken gehen. Ah, die haben gleich keinen Bock mehr. Komm, wir holen mal eben Wasser. Ratzfatz geht dann. Also die nächste Wasserquelle, die mir gerade mal einfällt. Uäh. Weiß auch gar nicht. Wenn ich jetzt, ähm... Hier irgendwo... Ob ich da Wasser zapfen könnte. Na, ist auch egal. Ihr könntet auch eben von da vorne holen. Das war wenigstens, äh... Vorerst... Unsere... Unsere... Puddleplots... Ne, äh... Puddle Slimes... Was heißt Slimes? Gerettet haben. Und die armen Viecher kacken sonst gleich ab. Glaub ich. Aber die müssten doch mal irgendwann jetzt noch mal A-A machen. Nicht? Sind die sauer, dass ich denen ganz das A-A verkauft hab? Ja, jetzt ist aber... Jetzt hat ein Dusster bei euch, ne? Damit kriegst du das Ding auch gar nicht voll. Ja? Da musst du gleich ein paar Mal rennen oder so. Ja, schön. Sicher freut ihr euch. Ich freu mich aber nicht. Kostet mir einfach nur Kohle, ja? Ne, Zeit. Und Arbeit. Kohle eigentlich weniger. Und so wie ihr das Zeug wegsauft... Ja? Beim nächsten Rundgang nehm ich ein paar von euch mit. Dann werd ich mir weniger von euch halten. Bitt mir zu... Zu, zu. So. Ab auf die Bank. Ah. So. Schön hinsetzen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wenn dem so ist, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Das wär geil. Oder ein Abo. Oder was auch immer. Ja? Und ansonsten sag ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Nubsi. Tschüss.